Okay, ein Text mit Bildern, eine Burg, eine ziemlich typische Abbildung einer befestigten europäischen Stadt. Die Flammen der Hölle verschlingen die Stadt. Das Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Also hängt das auch noch mit den Tempelrittern zusammen? Fleur Delis in verschiedenen Mustern. Was ist denn Fleur Delis? Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Definitiv, glaube ich, religiöse Symbole, ne? Glaubst du, dass dieser Engel von Bedeutung ist? Vielleicht gibt uns das Manuskript einen Hinweis. Hm. Das sieht aus wie Sankt Georg, der Schutzheilige von England, im Kampf gegen den berühmten Drachen. Die Drachen haben wir doch schon besiegt. In der befestigten Stadt stehen Minarette, siehst du? Sie sieht östlich aus. Komisch. Die Stadt rechts sieht östlich aus, wird aber von einem christlichen Ritter verteidigt. War der heilige Georg nicht Engländer? Nö, eigentlich kam er aus der Türkei. Okay, Türkei. Hey, den hier kenne ich. Das ist Baphomet, der Götze, dem die Tempelritter angeblich gehuldigt haben sollen. Ich muss eine Möglichkeit finden, mehr über diese Sachen rauszufinden. Hm. Ein würdevoll und demütig dreinschauender Mann. Die Stadt hatten wir noch. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Kennen wir die? Hm. Okay. Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen. Auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Hm, dein Latein ist gut. Ja, in der Schule war es irgendwie blöd, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also müssen wir nur noch herausfinden, wer genau dieser wahre Patriarch ist und wo seine Festung steht. Und dann einen Weg finden, um darunter zu kommen. Aber welche Festung? Äh. Da steht, zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Vielleicht bezieht sich dieses zum Ersten auf den Pfad, den der Rechtschaffende nehmen muss, um zum Engel zu gelangen. Hm, das ergibt einen Sinn. Also sollten wir den Hinweis begreifen, sobald wir an der richtigen Stelle ankommen. Okay. Das ist also praktisch wie so eine Anleitung, wie wir da hinkommen, ne? Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf das die Ritter dich passieren lassen. Mhm. Da steht, zum Dritten folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Okay. Hier ist der letzte Teil. Da steht, zum Letzten, um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten. Hier sitzt der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Wende dich vom heiligen Zion ab. Von welchem Ort? Jerusalem? Hm. Ergibt das einen Sinn? Ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich, haben wir alles uns angeguckt? Habe ich irgendwas ausgelassen? Oh, da ist ein König. Das ist doch mal ein König, der sich selbst wirklich mag. Oh, mit Spiegel. Aha. Okay, die Burg haben uns angeguckt. Hölle hatten wir. Anno hatten wir. Fleur de Lis hatten wir. Dann die Texte. Schwarze Symbole, Engel, Ritter, befestigte Stadt und Heiliger und die Wappen hatten wir. Ich glaube, wir haben alles. Kannst du es entschlüsseln, George? Ja, nicht vollständig. Ich brauche eine Bibliothek oder eine Datenbank. Aber die Straßen sind so gefährlich. Warum nicht online, übers Internet? Naja, es gibt da eine Webseite. André Lobinous Gesellschaft für antiquarisches Wissen. Aber ich komme nicht rein. Hast du nicht gesagt, Virgil sei ein guter Hacker? Ja, aber der ist mächtig angefressen. Lass deinen Charme spielen. Und außerdem haben wir doch einen MP3-Player oder nicht? Der brauchte doch einen. Ein Hightech-MP3-Spieler. Okay, wo war der Typ nochmal? Der saß doch hier hinten irgendwo. Da ist er ja, der Virgil. Virgil, pass auf. Lass mich in Ruhe, George. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Okay, okay. Der Verlust seiner Musik ist ein schwerer Schlag für ihn. So, bin ich schön. Virgil, ich weiß, für deinen MP3-Player gibt es keinen Ersatz. Aber ich dachte, das hier könnte deinen Schmerz lindern. Hey, woher hast du das? Das gleiche Modell. Geklaut? Mit Sicherheit nicht. Ich bin Anwalt, Blödmann. Exakt. Also hast du es geklaut. Hm. Ersatzte aber nicht die Musik, oder? Ach, scheiße. Das habe ich zu Hause doch alles auf CD. Danke, George. Hm, toll. Hey, Virgil. Hast du fünf Minuten Zeit? Klar. Um was geht's? Virgil, ich muss im Internet etwas recherchieren. Na, dann geh online. Was hindert dich? Nach Glastonbury hat mich diese Webseite rausgeschmissen. Ausgesperrt. Glaub mir, George. Ich habe schließlich im Knast gesessen. Ausgesperrt gibt's nicht. Wo ist das kleine Ding? Es muss hier irgendwo sein. Hier, George. Damit müsste es gehen. Was ist das? Eine Flashcard mit ein paar extra Features von mir. Leg sie einfach in dein PDA und ruf diese Seite auf. Hm. Hm. Okay. Also, was ist passiert, nachdem wir uns verbarrikadiert haben? Zuerst sind sie in dein Büro gestürmt, dann haben sie alles durchsucht und am Ende kurz und klein geschlagen. Aber du hast ihnen bestimmt gezeigt, was eine Harke ist. Machst du Witze? Ich saß unterm Tisch. Oh, und dann? Demolierten sie den MP3-Player und sind raus. Puh, was für eine Story. Was ist daran so komisch, Mann? Du unterm Tisch, Virgil. Das hätte ich gern gesehen. Wenn wir Freunde bleiben sollen, hält sie jetzt besser die Klappe, George. Und wie geht's Anna-Maria? Mach dir um die keine Sorgen, Mann. Sie ist in einem netten, coolen Ort. Hä? Wie meinst du das? Sie hat eine Menge durchgemacht, George. Sie brauchte eine Schulter zum Anliegen. Hm. Und du hast zufällig gerade eine Freie, stimmt's? Kennst du mich doch, George? Allerdings. Okay. So. Wo ist denn jetzt mein Handy? Verbinden, oder? Oh, Lobinos Privatserver. Verbindungen zum Gerät, die Zugriffs aufs Internet. Firewall entdeckt, Verbindungen hacken? Wow. Oha. Also, George, das hier ist mein selbstgestrecktes Hacker-System. Mit Betonung auf selbstgestreckt, klar? Ich werde dir mal zeigen, wie man es benutzt, indem ich mich in den Rechner eines alten Freundes einhacke. Das bist du. Zumindest für dein PDA. Das ist dein Ziel. Die Datenbank, in die du rein willst. Du musst jetzt deinen Datenstrom mit dem Zielcomputer verbinden, ohne entdeckt oder unterbrochen zu werden. Also, mein Freund wohnt auf der anderen Seite des Landes. Diese Bergkette ist im Weg. Da müssen wir drum rum kommen. Wenn wir in die Datenbank rein wollen, müssen wir durch diese Punkte durch. Die Router knoten. Die tarnen den Datenstrom deines PDAs, damit du nicht entdeckt wirst. Um den Datenstrom zu manipulieren, benutzt du Router und Refraktoren. Verstanden? Du verwendest andere, weniger sichere Systeme in der Gegend. Du musst mit dem auskommen, was das Gerät jeweils vorfindet. Aber normalerweise reicht das, um reinzukommen. Das Teil hier wirkt wie ein Spiegel. Es lenkt den Strom um 90 Grad ab. Das hier knickt den Datenstrom um 45 Grad ab. Na toll. Das hier sind Splitter. Die können den Datenstrom aufspalten. Da das Zielgerät aber nach einem einzigen Datenstrom sucht, musst du die einzelnen Teilströme wieder zu einem bündeln. Das machst du auch mit einem Splitter, aber umgekehrt. Nur, wenn du einen Splitter in die eine Richtung benutzt, kannst du ihn nicht mehr in die andere Richtung einsetzen. Diese Punkte sind die Bösen. Das sind Knoten, die entdecken, was du vorhast und dich aufhalten wollen. Denen musst du immer einen Schritt voraus sein. Wenn du deinen Datenstrom aus Versehen in einen davon lenkst, ist deine Verbindung tot. Ich würde dir empfehlen, deine Route gut zu planen, bevor du anfängst, die ganze Gegend mit Knoten zuzupflastern. So, jetzt guck zu, wie ich das Puzzle zusammensetze. Okay. Na, das kann ja heiter werden. Und schon sind wir drin. Mal sehen, was mein Freund in seiner Datenbank hat. Das war doch das Bild, das Nico in ihrem Zimmer hängen hatte, ne? Oh, das sieht aber anders aus. Äh. Also kann ich diese Teile bewegen, ja? Das ist mein Handy und ich muss letzten Endes wo reinkommen? Hier reinkommen, ne? Kann man das irgendwie... Das muss doch bestimmt hier irgendwie hier durch, oder nicht? Das bedeutet, ich brauche eins, das nach links geht, ne? Wenn ich das hier nehme... Oh. Aha. Kann ich das hier einfach drunter stehen? Oh, ja. Und dann muss es ja hier rein, oder nicht? Ähm. Ich habe nur ein bisschen Angst, muss da so einer hin? Ich muss austesten. Ne, das passt nicht. Okay, zurück damit hier. Äh, passt so einer, der spiegelt, ne? Oh, das ist gefährlich, was ich da mache. Oh. Okay, das funktioniert, der geht da durch. Jetzt muss der aber nur irgendwie vorher wahrscheinlich hier. Ne, der geht aber hier. Oder direkt hier. Damit der abgelenkt wird nach links. Brauchen wir dann auch so ein? Ich teste. Ui. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Okay, 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 okay. Weg damit. Ähm. Muss das... Warte mal, oder? Hier so? Ne. Okay. Okay, aber es würde auch gehen. Wartet mal. Wenn der so geht. Und dann kann ich das irgendwie damit wegdings dann? So. Ja, Leute, ich glaube, ich habe es, oder? Server wurde gehackt. Datenbank von Yale heruntergeladen auf PDA. Okay. Oha. PDA-Handbuch. Merkzettel. Bezahle die Telefonrechnung, Mordsbizzerladen, die Versicherung, Bürobedarf und so weiter. Natürlich erst, wenn uns jemand bezahlt. Eine Frau namens Anna-Maria wartet in meinem Büro, kommt gleich zur Sache, erzählt mir von einem Manuskript. Dann taucht ein Haufen Gangster auf und tritt die Türen ein. In was hat sie mich da reingezogen? Offenbar verrät das Manuskript den Fundort eines Schatzes. Habe mich bereit erklärt, Anna-Marias Manuskript zu entschlüsseln, nachdem sie mir 20 Riesen angeboten hat. Jetzt lassen wir es mal wieder richtig krachen. Haben einen der Gangster in Anna-Marias Hotel gesehen. Die wollen dieses Manuskript wohl ernsthaft haben. Anna-Maria musste sich draußen auf der Feuerleiter verstecken. Ich habe versprochen, irgendwie nach oben in ihr Zimmer zu gelangen, damit ich sie reinlassen kann. Aber das ist doch mein Text, oder nicht? Die Gangster hatten das Manuskript schon mitgehen lassen. Anna-Maria nimmt sich das sehr zu Herzen. Ich habe versprochen, es zurückzuholen. Muss nur erst herausfinden, wer diese Typen waren. Der Gangster, der die Empfangsdame in den Wandschrank gesperrt hat, trug eine seltsame Tätowierung. Eine Schlange, die sich um eine Salami wendet. Wärtschel ist echt sauer, weil sie in der B3-Player bei dem Überfall kaputt gegangen ist. Besonders, weil die letzte Lieferung geklaut wurde und man keine mehr kaufen kann. Und er gibt mir die Schuld. In der ganzen Aufregung hat jemand ein Bäckchen Italien-Schutzzigaretten in meinem Büro fallen lassen. Die Jungs, die Anna-Marias Manuskript geklaut haben, gehören ziemlich sicher zur Martino-Bande. Der Polizist meinte, sie hätten eine Tarnfirma, Mama Martinus Meatpacking Company, unten am East River. Mama Martinus sieht fast legal aus, aber da steckt mit Sicherheit mehr dahinter. Ich habe ein Gespräch in einem Geheimraum belauscht. Die Schläger werden von einem Typen namens Fingers angeführt, der offenbar für einen Paten namens Spalaci arbeitet. Fingers hat das Manuskript in einen Schrank gesteckt. Ich muss einen Weg finden, in diesen Raum zu kommen. Unter der Festung des ein waren Patriarchen wartet der Engel. Der Engel muss für den Schatz stehen. Dann muss ich nur noch herausfinden, wo diese Festung ist und wie man unter sie kommt. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Latein des Manuskripts übersetzt. Anna-Marias Manuskript ist wunderschön. Mittelalterliche Lateinverse und rundum Bilder und Symbole. Die Bilder scheinen eine Geschichte zu erzählen, wenn ich doch nur ihr Geheimnis enträtseln könnte. Virgil ist ausgeflippt, als ich ihm den neuen MP3-Player gegeben habe. Jetzt ist er wieder der liebe, fröhliche Virgil. Historische Datenbank von Andres Rechner erhalten. Virgil hat mir ein cooles Hacker-Spielzeug gegeben. Habe mich erfolgreich in die Datenbank gehackt. Ostia André Lobinor ist eine elende Ratte, aber seine Datenbank enthält jede Menge wichtige Informationen über das Mittelalter. Können wir da jetzt reingehen? Begrüßungstext. Liebe Kollegen, ach wie süß. Herzlich willkommen bei der Gesellschaft für Antiquarisches Wissen. Gehen Sie einfach ein Suchwort ein und genießen Sie diese erstklassige Wissenssammlung. Diejenigen unter Ihnen, die mich kennen, können wohl bestätigen, dass ich ein toleranter Mensch... Was? Toleranter Mensch? Was? Ich will keine Zeit mehr auf dieses unerfreuliche Thema verschwenden und lade sie stattdessen ein, meine kleine Zeichnung zu genießen, die auf den angeblichen Erlebnissen von Mr. Stabbert basiert. Ihr Freund André Lobinor. Das checke ich nicht, dass ich ein toleranter Mensch und dann... Ich kann das auch nicht irgendwie zurück. Dann haben wir hier Brüßel und nur die zwei Sachen mehr nicht? Ist das wirklich alles, was wir haben? Okay, dann probieren wir mal. Die Verbindung zu Baphomet beweist, dass diese Sache irgendwas mit den Templern zu tun hat. Okay. Als einer der Hauptanklagepunkte wurden den Tempelrintern während ihres Prozesses im 14. Jahrhundert vorgeworfen, sie hätten einen heidnischen Götzenkopf namens Baphomet angebetet. Abgebetet? Abgebetet. Der Name Baphomet ist wahrscheinlich eine Verballhornung des Namens Mohammed oder aber die Übersetzung des Namens der Göttin Sophia, Weisheit, verschlüsselt mit Hilfe der Adbas-Geheimschrift. Manche glauben, Baphomet repräsentiere den abgetrennten Kopf von Johannes dem Täufer. Während des Prozesses sagte einer der Ritter, Gübum der Blei aus, er habe Baphomet zweimal gesehen und beschrieb ihn als bärtigen Kopf aus Holz und Silber. Andere Anklagen gegen die Tempelritter lauteten auf Dämonenanbietung, Homosexualität und das Küssen von Katzen auf das Hinterteil? Was? Diese Anklagen der Ketzerei waren das erste Mal im Jahrhundert zuvor von den Dominikanermönchen der Inquisition gegen die Katara im Langgedoc erhoben worden. Die Ketzereivorfwürfe bezogen sich auch auf das Verhältnis der Tempelritter zu dem gefürchteten Assassinen, einem muslimischen Orden von Elitekriegern. Wenn man vermutet, dass die Assassinen den Templern okkultes Wissen vermittelt haben, das später zur Grundlage der Freimaurer und Rosenkreuzlehren wurde. Uiuiuiui, da wurde ja deftig gemischt. Johannes der Täufer, der Cousin Franz Jesus, war eine rieselhafte Figur, die von den Tempelrittern verehrt wurde. Hinweise aus den frühen Evangelien deuten für manche darauf hin, dass Jesus, der im Jahre 7 v. Chr. geboren wurde, mit seinem Bruder Jakobus, geboren im Jahre 0, um den Anspruch, wetteiferte der wahre Messias zu sein, obwohl Johannes der Täufer auch Jesus im Jordan taufte, behaupten manche, dass er eher Jakobus als Jesus unterstützt haben soll. Einige glauben sogar, dass Johannes der Täufer und Jakobus in Wirklichkeit die gleiche Person sind. Die Schriftrollen vom Toten Meer belegen, dass schon lange vor der Geburt Christi ein Messias prophezeit wurde, der das Volk der Juden in die Freiheit führen würde. Dieses Volk wartete sehnsüchtig auf seinen Messias und so wurde Jesus, als er sich als Retter des Volkes darstellte, mit offenen Armen angenommen. Jesus wusste, dass er aber auch die Prophezeiung erfüllen musste. Er wählte es zwölfer Brüssel und begann zu predigen. Seine Taten waren eine Bedrohung für Herodes Antipas, den von den Römern eingesetzten jüdischen Stadthalter von Galiläa, aber auch für die Römer und Pharisäer selbst. Zur gleichen Zeit kritisierte Johannes der Täufer ebenfalls Herodes Antipas, weil der Herodias geheiratet hatte, die geschiedene Frau seines Halbbruders, ebenfalls mit Namen Herodes. Johannes der Täufer wurde daraufhin verhaftet. Herodias wollte seinen Tod und verschwor sich mit ihrer Tochter Salome, die verlangte, dass man ihr den Kopf von Johannes dem Täufer bringe. Johannes der Täufer wurde geköpft, sein Kopf wurde Salome auf einem Silbertablett präsentiert. Nach dem Tod von Johannes dem Täufer wandten sich viele seiner Anhänger Jesus zu, unterstützten ihn als die nahen Messias. Die Tempelritter besaßen viele heilige Relikien. Vielleicht gehörte der Kopf von Johannes dem Täufer dazu und vielleicht war das Bar für mit die Verkörperung der Weisheit. Auf jeden Fall feierten die Templer seinen Namenstag. So haben die das alles so ein bisschen gemischt. Okay, zurück.